Sie hat alles hinter sich gelassen und ist nach Deutschland gekommen. Beatrice Onyele aus Nigeria und sie ist jetzt bei uns im Lux-Studio. Hallo Frau Onyele, wie geht's Ihnen? Alles gut bei Ihnen? Mir geht gut, danke. Das ist doch schön. Bei Ihnen auch hoffentlich. Ja, mir geht's auch gut. Wieso haben Sie Nigeria verlassen und sind nach Deutschland gekommen? Wenn man jemanden liebt, dann möchte man mit dieser Person zusammen sein. Genau, Ihr Mann? Also die Liebe hat mich ja hier verschlagen. Das heißt, mein Mann hat bekommen einen Studienplatz in Deutschland. Und dann war für Sie klar, Sie müssen hinterher? Und dann war das für mich klar, ich musste hinter ihm hier nicht ohne Schmerzen, weil ich hatte einen tollen Job gehabt, in der Schellklinik als Krankenschwester bzw. als Hebamme. Und ich musste alle stehen und liegen lassen. Und meine Eltern und meine Verwandten. Okay. Aber man muss irgendwann eine Entscheidung treffen. So war das. Das heißt, alles andere war zwar auch wichtig, aber das Wichtigste für Sie war, Sie wollen mit Ihrem Ehemann zusammen sein. Das ist doch normal, denke ich mir. Wie finden Sie denn das Projekt Fremde Heimat Bibel? Weil das sozusagen Leute, was Sie ja allgemeinsam haben, ist, dass Sie eine Bibel oder ein Gebetsbuch im Gepäck hatten, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Wie finden Sie das Projekt? Ich finde das Projekt sehr gut, weil, wie Sie sagten, es sind sechs Leute, die da interviewt wurden. Und die kommen von verschiedenen Ländern. Aber was uns vereint, ist halt die Bibel. Und diese Bibel ist in verschiedenen Sprachen und ich bin auch froh, dass es auch in meiner Sprache gibt. Und jeder von uns hat erzählt von seiner, ihrer Perspektive, was die Bibel zu denen bedeutet. Und ich finde es gut. Wie kam es zu dem Interview? Haben Sie es irgendwie in der Zeitung gelesen? Es werden Leute gesucht, die mit der Bibel nach Deutschland gekommen sind. Oder wie haben Sie davon mitbekommen und sind dann in das Projekt involviert worden? Ich wurde gefragt, ob ich mitmachen möchte von Herrn Weid-Dinkelacker. Der Kurator der Ausbildung, der auch im Bibelhaus arbeitet? Genau, genau. Und er hat mich gefragt, weil wir haben auch schon Projekte vorher gemacht, zusammen, in der Bibelmuseum. Also er hat mich dann gefragt, dann habe ich ja gesagt. Sie haben da nochmal Ihre Geschichte erzählt, also auch wieso Sie nach Deutschland gekommen sind. Dabei sagen Sie, Sie sind 50 Jahre in Deutschland. Sie sind es eigentlich leid, diese Geschichte erzählen zu müssen, sich erklären zu müssen, wieso Sie aus Nigeria ausgewandert sind, um nach Deutschland zu kommen. Ja, weil ich denke, wenn jemand in einem Land 50 Jahre gelebt hat und immer noch lebe, ist dieses Land für diese Person eine Heimat geworden. Warum ich denn immer hier Leute erklären müssen, warum ich hier bin, das finde ich lächerlich manchmal, ja. Ja. Aber gut, man muss auch auf der anderen Seite sagen, man hat es ja mit verschiedenen Leuten zu tun. Die Leute, denen man das schon gesagt hat, die sind nicht mehr da. Es ist immer jemand Neues, der kommt und stellt immer wieder dieselbe Frage. Wenn man diese Frage mal vielleicht ein bisschen wegstellen könnte und die Menschen so nehmen, wie die da sind, die leben in Deutschland, die können Deutsch, das ist das, was wichtig ist. Und die kennen die Geflogenheiten in Deutschland. Man muss nicht fragen, warum sind sie hier gekommen. Die Bibel war für Sie sehr wichtig auf dem Weg nach Deutschland. Die Bibel ist weiterhin für Sie sehr wichtig. Es gab einen Moment verbunden mit der Bibel in Deutschland, der für Sie sehr, sehr besonders war. Sie haben nämlich im Krankenhaus von einem Kollegen eine Bibel geschenkt bekommen, aber nicht irgendeine Bibel, sondern? In meiner Sprache, in Ibo-Sprache. Und das war besonders, weil? Weil das meine Sprache ist. Das ist die Bibel, mit der ich groß geworden bin zu Hause. Und das in ein fremden Land zu kommen und diese Bibel zu bekommen von einem Fremden, das war für mich, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich habe die auch immer noch. Das glaube ich Ihnen. Frau Unjeli, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren und Ihre Geschichte, obwohl Sie es vielleicht etwas leid sind, noch mal erzählt haben. Ich fand Ihre Geschichte sehr, sehr interessant. Falls du jetzt draußen Lust bekommen hast, mehr über Beatrice Unjeli zu erfahren, dann besuch doch einfach die Ausstellung Fremde Heimat Bibel im Erlebnismuseum Bibelhaus. Sie läuft im Moment noch. Geh einfach mal vorbei. Es ist eine sehr, sehr interessante Ausstellung, kann ich dir nur empfehlen. Frau Unjeli, ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren. Ich danke Ihnen auch. Und ich wünsche Ihnen noch... Dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Luchs leuchtet ein. Schönen Tag. Schönen Tag. Vielen Dank.